Musik Wir haben das das konzipiert, weil wir fach- und berufsgruppenübergreifend eine Veranstaltung haben wollten, die uns alle ins Boot nimmt. In diesen Jahren haben wir extreme Themen wie Blitzeinschlag, Lichtbogen auf einem Güterwaggon und andere Themen, die uns sehr selten beschäftigen, aber trotzdem eine Relevanz für den Rettungsdienst haben. In unserem nächsten Themen-Blog werden wir uns mit 1000 Lagen in der Notfallmedizin und im Krankenhaus beschäftigen, unter anderem mit Strahlenschäden und mit dem Blackout im Krankenhaus. Musik Der Vortrag beschäftigt sich mit der Hämostasologie und der besonderen Problematiken bei Tiergiften. Das Besondere ist, glaube ich, das Seltene bei uns. Die wirklich giftigen Tiere werden hier eigentlich immer importiert. Heimische Tierarten, die wirklich potent giftig sind, gibt es sehr selten. Und insofern ist auch die Fachexpertise der einzelnen Kliniken, glaube ich, relativ gering in diesem Bereich. Musik Ich bin zum wiederholten Male beim DAS, weil mich die Themen und die Workshops interessieren und mich in meinem Beruf weiterbringen, insbesondere in der Notfallmedizin und die Arbeiten, die ich draußen als Notärztin mache. Musik Musik Musik